Und soll ich das jetzt essen hier? Was ist denn das für Zeug? Nee, das sollst du nicht essen, kannst du nicht essen, darfst du nicht essen. Das ist Rheinfern. Der ist für dich wahrscheinlich giftig und für die Motten aber auch. Aha, und deshalb hältst du mir das unter die Nase. Aha, die Motten sollen daran riechen.